Hallo und Glück auf, liebe Erstsemester. Mein Name ist Johanna und ich begrüße euch zu den Couchgesprächen. Heute bin ich wieder mit meinem mobilen Wohnzimmer auf dem Campus unterwegs und habe mir zwei interessante Gäste eingeladen. Mein Name ist Eirik Dittrich, ich bin Student des Maschinenbaus mit der Vertiefungsrichtung Aufbereitungsmaschinen. Ich habe heute noch mal nachgeguckt im zwölften Semester, also kurz vor dem Abschluss. Ich bin Johannes Müller, ich studiere auch Maschinenbau und in derselben Vertiefungsrichtung wie Eirik und ich bin im zehnten Semester. Als Maschinenbauer schraubt ihr dann den ganzen Tag an solchen Maschinen hier rum? Naja, nicht wirklich, also vor allem nicht unbedingt an den Maschinen hier, aber ich habe auch ein altes Motorrad und alte Technik braucht viel Wartung. Das heißt, da geht schon mal das ein oder andere Wochenende drauf dafür, um das in Betrieb zu halten. Also rumschrauben teilweise zumindest, tüfteln vor allen Dingen viel über Übungsaufgaben und solche Sachen. Wir haben aber auch viele Praktika, da sind wir eben hier in unserem Technikum, da sind wir dann auch wirklich mal an den Maschinen zugange und machen Versuche. Wir haben zum Beispiel mit Porenbeton gearbeitet und da viel gemacht. Ihr beide studiert ja Maschinenbau mit der Vertiefung Aufbereitungsmaschinen. Was macht die denn da genau? Ja, also die Aufbereitungsmaschinen, das sind ja alle Maschinen, die sich irgendwo zwischen einem Grundstoff, sei es jetzt irgendwo im Steinbruch, wirklich der Felsen oder auch unter Tage im Bergwerk, etwas, aber auch Recyclingstoff zu dem Wertprodukt befinden. Alles, was die Verfahrensschritte dazwischen umfasst, das Studium bei uns. Ja, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, höchstens die Kurzfassung. Also wir machen aus großen Steinen kleine Steine, aber auch nicht nur Steine, sondern es gibt ja ganz viel Materialien, also zum Beispiel auch Abfälle und solche Sachen, Aufbereitung eben. Würdet ihr also jungen Maschinenbauern oder Leuten, die sich überlegen, Maschinenbau zu studieren, empfehlen, hier zu studieren und auch eure Vertiefung zu wählen? Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also als Grundvoraussetzung muss man natürlich erstmal wirklich Interesse für Technik im Allgemeinen haben, damit das Spaß macht. Aber dann ja, also einerseits finde ich die Uni hier sehr angenehm und auch der Maschinenbau hier an der Uni, das Studium macht viel Spaß und diese Vertiefungsrichtung, die wir gewählt haben, kann ich zumindest von mir sagen, dass ich da sehr glücklich bin damit. Also für mich war es so, das muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen, ich hatte zum Beispiel Chemie und Physik in der Oberstufe abgewählt. Also die Voraussetzungen dahingehend waren für mich nicht besonders günstig und ich habe auch gerade in den ersten Semestern habe ich auch eine anstrengende Zeit durchgemacht. Aber wenn man sich bei den Grundlagen, sage ich mal, Mühe gibt, dann hat man halt eine gute Basis für die kommenden Semester, für die späteren Module, um da dann auch richtig was mitzunehmen. Und ja, ab dann hat mir das Studium auch wirklich Spaß hier gemacht, vor allen Dingen eben auch in der Vertiefungsrichtung, weil ich immer auf der Suche war, sage ich mal, nach einer praktischen Vertiefungsrichtung. Also wir haben ja als Maschinenbauer viele Vertiefungsrichtungen zur Auswahl. Aufbereitungsmaschinen ist, glaube ich, da die praktischste Variante, die wir so haben. Ja, und da kann man dann auch wirklich mal was an Maschinen machen und nicht nur rechnen und simulieren vielleicht. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder bei den Couchgesprächen dabei, wenn ich andere interessante Gäste eingeladen habe. In der Zwischenzeit könnt ihr euch immer auf unserer Webseite, der Uni Now App oder bei Instagram über aktuelle Termine und Veranstaltungen informieren. Bis dahin dann, Glück auf!